Wir beginnen jetzt mit der Softbox 80x120 Zentimeter, Antonia steht schon da und ich nehme folgende Kameraeinstellungen, auf jeden Fall manuelle Einstellungen, Kamerarohraufzeichnung, Weißabgleich stelle ich auf Blitz, Verschlusszeit 160 Sekunde und Blender 8. Ich benutze Nikon D800 mit dem Objektiv 85mm 1,8. So, jetzt machen wir ein paar Aufnahmen. So, bitte ganz hübsch lächeln. Ja, sehr gut. Sehr gut. Und was ich schon auf dem Display der Kamera sehen kann, also die Lichtverhältnisse sind gut und man hat sehr weiches Licht bei dieser Softbox. Ich habe jetzt hier eine Doppelbespannung eingebaut und ich finde für solche Porträts ist das wirklich sehr gut geeignet. Und jetzt wechseln wir den Lichtformer. So, Softbox ist jetzt runter und wir haben Beauty-Dish. Jetzt versuchen wir mal genau die gleiche Szene mit Beauty-Dish zu fotografieren und schauen wie das Licht wird. So, jetzt mache ich ein paar Aufnahmen. So, genau, bitte lächeln. So, ja, sieht gut aus. Sehr schön. Wunderbar. Ja, wenn ich so vergleiche, wir haben etwas härteren Schatten hier, ja, auf der anderen Gesichtshälfte, praktisch auf der gegenüberliegenden Gesichtshälfte. Aber das Licht ist jetzt auch sehr angenehm und schön. Und ich möchte jetzt bei dem Beauty-Dish noch eine Geschichte zeigen, die ich auch sehr spannend finde. So, ich werde jetzt vor dem Beauty-Dish Wabengitter aufsetzen. Also das ist wirklich eine sehr spannende Geschichte, ja, weil das Licht wird jetzt nochmal gelenkt. Wir werden jetzt einfach hier Wabe davor setzen. So, und jetzt schauen wir mal, wie das, welche Auswirkung diese Wabe auf das Bild hat. Ich sehe aber sofort, dass wir weniger Licht haben. Ganz genau. Also wir haben erstmal ganz dunklen Hintergrund und ich werde jetzt die Blende ein bisschen aufmachen. Ich hatte jetzt Blende 8. Versuche jetzt mit Blende 7,1. Ja, mit 7,1 ist auf jeden Fall besser und wir haben eine ganz andere Lichtführung. Also wir haben von links oben, von rechts unten mehr Schatten. Also es ist auf jeden Fall so eine Art Vignette. Auch sehr spannend, wenn man es braucht. Auf jeden Fall, Beauty-Dish ist sehr variabel. Also man kann entweder richtig mit weichem Licht arbeiten oder mit dem gerichteten Licht, so dass wir eine Vignetierung bekommen. So, und jetzt haben wir eine ganz andere Lichtsituation. Ich habe jetzt zwei Stripboxen. Also das sind beide 180 x 30 cm und einmal von hinten, einmal von vorne praktisch diagonales Licht. Hier haben wir etwas mehr Leistung als hinten, weil der hintere Blitzkopf, das ist praktisch nur ausleuchten. Ja, und ich mache jetzt ein paar Fotos hier. Die Einstellungen sind immer noch so. Also ich habe jetzt zum Beispiel 7,1 Blende, aber ich kann ruhig die Blende auf 8 setzen. Ja, sieht sehr gut aus. Antonia, kannst du dich gleich noch mal in die andere Richtung, in die andere, nein, nein, die andere, bitte. Ja, so, sehr gut, sehr gut. Ja, okay. Wunderbar. Ja, und bei dieser Lichtsituation das Interessante ist, wir haben jetzt praktisch rechts von uns gesehen, vom Model, Ausleuchtung der Haare und das kommt sehr gut rüber. Hier müssen wir natürlich sehr aufpassen wegen den Schatten, weil wenn wir jetzt zum Beispiel die Lichtrichtung falsch definieren, dann kann es passieren, dass bei der Nase viele unangenehme Schatten gibt, deshalb also mit Stripboxen zu fotografieren. Also das muss geübt werden und ja, also die Lichtführung ist hier auf jeden Fall sehr wichtig, dass wir alles korrekt setzen. So, jetzt habe ich meine Bilder alle im Kasten und jetzt schauen wir mal in Adobe Bridge, wie sich die Bilder voneinander unterscheiden. Jetzt habe ich die Fotos auf meinen Computer geladen und möchte euch zeigen, wo der Unterschied ist zwischen den Aufnahmen mit verschiedenen Lichtformern. Das ist unsere erste Aufnahme, die habe ich mit 90-120 Softbox aufgenommen. Sehr weiches, sehr schönes Licht, gut hier von der Seite konnte man ein bisschen vielleicht mit einem Reflektor ausleuchten, aber das ist nicht zwingend erforderlich. Man konnte dem Model sagen, okay, dreh dich ein bisschen zur Lampe, also praktisch in diese Richtung und dann ist alles wunderbar. Die zweite Aufnahme sieht fast genauso aus, nur im Vergleich zu der ersten haben wir etwas flacheres Licht, finde ich, und hier etwas mehr Schatten. Man kann aber hier generell etwas andere Einstellung machen, weil bei Beauty-Dish haben wir mehr Lichtverlust. Also das heißt, Beauty-Dish schluckt sehr viel Licht mehr als eine Softbox. So, dann haben wir einmal Beauty-Dish mit der Wabe. Ihr seht hier ganz deutlich, dass die Aufnahme viel dunkler ist, aber wir haben hier eine sehr interessante Vignetierung. Also die finde ich sehr spannend. Vielleicht nicht speziell bei diesem Porträt, aber bei Charakter-Porträts, ich habe schon einige damit gemacht. Echt klasse Sache. Und dann haben wir das nächste, das ist Zangenlicht mit zwei Striplights. Ich finde die Lichtführung hier sehr interessant. Wir haben optimal ausgeleuchtetes Gesicht und vor der Seite, Streiflicht auf den Haaren und auf der Schulter. Und zuletzt haben wir noch eine Aufnahme, die habe ich jetzt mit einem anderen Lichtformer gemacht, mit Firefly. Das werde ich euch dann in einem anderen Video zeigen. Auf jeden Fall ist das alles sehr spannende Geschichte. Also die Lichtformer, die bringen erst den Blitzlicht zur Geltung. Und je nach Einsatz kann man ein oder anderen verwenden und man kann auf jeden Fall ganz interessante Lichtsituationen modellieren. So, jetzt haben wir die Bilder angeschaut und ihr wisst jetzt, wie sich die Lichtformer voneinander unterscheiden und welche Lichtformer für welche Aufnahmesituationen am besten geeignet sind. Und nun wünsche ich euch viel Spaß bei Studiofotografie, kommt wieder zu meinem Video-Channel und ich werde für euch auf jeden Fall neue Videos vorbereiten.